Theodor Momsen, das römische Imperium der Cäsaren Die afrikanischen Provinzen Nordafrika steht physisch und ethnografisch inselartig auf sich selbst. Die Natur hat es nach allen Seiten hin isoliert, teils durch das Atlantische und das Mittelländische Meer, teils durch den weitgedehnten des Anbaus unfähigen Strand, der großen Syrte unter dem heutigen Vetsan und im Anschluss daran durch die ebenfalls der Kultur verschlossene Wüste, welche das Steppenland und die Oasen der Sahara südlich abschließt.